yo meine freunde willkommen auf einem neuen video auf meinem pascalationskanal ihr wisst bescheid und zwar hat Miami Yassin ein statement zu seiner vertraglichen situation online gestellt ich würde sagen wir lesen ihn mal zusammen durch und ich sag ein bisschen was dazu und ja wir gehen dann fangen wir direkt rein ins video und dann geht es los wie ihr bereits festgestellt habt ist im jahr 2021 von musikalisch als auch auf meinen social media kanälen sehr ruhig um mich geworden ja sein letzter track auf dem kmn gang kanal war monopol über krasser track auf jeden fall ja das ist halt ungefähr ein jahr her schon heftig alter ich hatte es auch gar nicht so auf dem schirm dass er so lange nichts mehr released hat alter und wenn mein rapper ein jahr kein song raus bringt ist schon heftig so ne sonst kommt ja immer mal eine single muss ja nicht immer gleich album sein so aber nix gar nix aber ich hatte mich auch schon immer gewundert auf den letzten zwei az alben war Miami Yassin zum beispiel auch nicht mehr drauf und allgemein ist Miami Yassin ja nicht mehr so richtig kam im endgang schon gefühlt noch dazu aber irgendwie nicht mehr richtig so vertrag ist noch da aber zumindest so vom außen her kommt es immer so rüber war zumindest meine meinung leider befinde ich mich seit beginn meiner karriere im 2016 in prekären vertragsverhältnissen die sich im letzten jahr mit dem release meines letzten mixtap dilemma extrem zugespitzt haben ja das ist schon krass seit 2016 ist bestimmt 2016 kam bestimmt auch kokain heraus könnte ich mir vorstellen ich weiß es nicht sicher aber könnte ich mir vorstellen ja das ist schon krass dann wird das ja auch irgendwo mit kmn und so zu tun haben oder was denkt ihr wer gerne mehr darüber weiß kann es natürlich auch gerne in die kommentare schreiben oder irgendwelche vermutungen schreibt mal drunter ist bestimmt auch interessant was ihr darüber denkt ja ist man hört es ganz oft zum beispiel ich habe ja gedacht dilemma wäre so mixtap gewesen was auf kmn noch so läuft und danach wäre raus so ich hatte die ganze zeit schon das gefühl das hält nicht mehr lange also manchmal täuscht man sich ja auch so was habe ich ja vorhin auch schon erklärt dass auf den letzten kmn sachen auch nicht mehr so drauf war und kapi hat er zum beispiel wobei bushido war hatte ja noch ein album über bra musik was nur digital gab so schnell rauskauen so damit er bei team kuku aus dem vertrag ist das wäre eine möglichkeit finde ich immer einfach ein release noch oder so und dann bist du raus oder du sagst zahl mich aus so aber warum muss das immer gleich mit ich zerstöre dein leben weil nur etwa zwei jahre in der heutigen zeit nicht da ist jetzt als beispiel digga das eine riesen 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 zeit alter stellt euch mal vor zu der zeit als noch normal musik war wo das mit spotify und alles angefangen hat stell mir vor diesen übergang bist du einfach nicht da jetzt so als beispiel digga der musikmarkt hat sich dann zu der zeit komplett verändert und wenn du newcomer rapper bis zwei jahre digga du bist vergessen du kannst wieder komplett von vorne anfangen digga klar es gibt immer einzelne fans die dann so warten aber so in der masse so dass du wieder stattfindet so egal das musst du dann wieder von null arbeiten sag ich euch ganz ehrlich und das geht gar nicht und es gibt so oft sind die jetzt schon das zweite mal hengst hatte es früher bushido musste sich mit rücken bei agro rauskaufen angeblich wenn die geschichte so stimmt was weiß ich was war noch die gar da waren so viele sachen schon die ich gelesen hatte oder gehört hatte digga ich komme vielleicht fällt es mir auch gleich noch mal ein oder auch teilweise die gj-kanzler konnten ja auch seit der trennung nicht immer was raushauen und ja soll ich euch sagen also diese museen und flair geschichte ich weiß nicht was davon stimmt und so kann ich nie sagen nur was man so hört der aber gibt es unzählige beispiele weiß ich ob ich hatte ich hengst vorhin schon sachen erne war hengst war es früher auch das weiß ich da konnte ja ewig nichts rausbringen ja digga die wenn du hast halt keine ahnung davon und wirst komplett verarscht du brauchst schon richtige leute um dich rum ohne scheiß das ist richtig wichtig nicht solche jahrsager oder sonst was sollen leute die hinter dir stehen und wenn du komplett abstürzt die mit dir abstürzen solche leute brauchst du in der musikbranche ganz klar so ich bin ein bisschen abgewürgen vom thema eine einigung konnte in den gesamten jahren nicht erzielt werden digga traurig 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 und dann immer diese künstler den den weg verbauen digga digga hasse ich so ne digga aufgrund dieser unklarheiten ist es aktuell sehr schwierig für die musik zu veröffentlichen ja mal sehen wie es da weitergeht das ganze jahr keine einigung erzielt ich hoffe für miami yassin dass dieses jahr dass das schnell geklärt wird und er bald wieder musik raushauen kann free miami yassin an der stelle er wird das video nicht sehen aber so ich sage es einfach mal so wie es ist wie es fühle ja ihr alle wisst wie sehr ich für die musik lebe und könnt euch eventuell vorstellen wie stark ich unter der situation leide ja auf jeden digga gibt euch mal sein album kasi auch wenn ihr die hits auslässt diese anderen songs hier drauf sind digga unfassbares album immer noch sein bestes album für mich und für mich könnte es sogar vielleicht das beste kmn gang album sein sag ich euch so wie es ist ja komm zu miami war nicht so ganz mein ding dilemma war so komplettes rap album was ich auch gefühlt habe war ein komplett anderer sound feier ich ja ich wollte auch vielleicht in den nächsten tagen noch mal zu alten miami yassins songs vielleicht eine reaction machen ich weiß auch noch nicht genau bitte verzeiht dass ich derzeit nicht noch tiefer ins detail gehen kann ich tue alles dafür um schnellstmöglich eine lösung zu finden doch leider liegt es nicht nur in meiner hand bis dahin wünsche ich euch ein frohes neues jahr passt auch für euch wir hören uns inshallah ja das war das statement von miami yassin digga ich hoffe dass er 2022 das geregelt kriegt wir neue musik kriegen und ja und er auch weitermachen kann ja was soll ich noch sagen aber schreibt mir gerne eure theorien über das statement unten in die kommentare und ja ich weiß gar nicht haben sich erzählt oder sonst irgendjemand hat sich jemand dazu geäußert also hier in den obersten kommentaren ist auf jeden fall nix zu sehen ist schon traurig alter traurig 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 aber naja schreibt mir auch in meine urnen in die kommentare und wenn ihr bock auf meinen kanal habt dann abonniert den doch mal und ja ich bin raus meine freunde